Hallo und herzlich Willkommen Ich möchte doch noch ne Folge aufnehmen Ich seh grad das Regnen grad bei uns draußen Und hier ist ein neues Fahrzeug verfügbar Na schauen wir doch erstmal nach Was das so kann So warten, ist das hier oben gleich? Nein, das hier war das, ne? Genau Die können f... Also das... Äh... Oder ist das ne Güterbahn? Ist das ne Güterbahn? Und das können noch 20... Kilo Newton Gewicht 18 Tonnen 122 PS, wie viel hat das? 218 Achso, ich guck hier oben Hier muss man gucken, 80 Kilo Newton 394 PS Ich glaube das wird unsere Güterbahn Das wird unsere Güterbahn Das wird unsere Güterbahn Und wir sind im leichten Plus Und hier gehts jetzt weiter in Richtung Gehen Norden Weil man muss in diesem Spiel auch mal Etwas Geduld haben Güterbahnhof ist da hinten Möchte ich hier gerne Da fahr ich jetzt hier so rüber Und fahr hier hinten rum Und fahr hier hinten rum Also baue ich hier hinten nochmal einen Güterbahnhof mit Zwei Gleisen Das wäre angebrachter den so zu bauen Eigentlich müssten wir den hier bauen Ähm... die Straße So So Warum geht das nicht? Schreibt es mal in die Kommentare Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren Warum das nicht geht Warum das nicht geht Wir bauen nämlich eine ganz normale Straße hier rüber Das geht nämlich Wenn ich jetzt hier daneben Mal versuche Das geht nämlich nicht Keine Ahnung warum Keine Ahnung Weil ich will so eine Straße eigentlich gar nicht haben Ich soll nicht wie in außen rum fahren Aber Naja Hier Güterbahnhof Zwei Gelegt Da ist es so Da ist ja einer Da ist ja einer So das sind wir wieder Ich hatte ein kleines Problem, ich habe das vielleicht gesehen Ist auch nichts Schlimmes gewesen Wir haben hier einen ran, hier vorne, äh hier auf den Straßen So Ne, das war jetzt, äh, unvorteilhaft Den müssen wir jetzt nochmal abreißen Oder? Schaffen wir das? Das schaffen wir schon Oh, das machen wir gleich als erstes Gucken wir hier, ob das funktioniert Ah, Steigung zu groß, wusste ich doch Steigung zu groß Oh yeah Rhinwagen Also Können wir gleich damit fahren Hier, abreißen das Ding Bäm So, bauen wir das mal ordentliche Wenn ich das zubau Ne, das geht auch wieder nicht Da muss ich hier Boah Ich habe auch 4-mal machen Hühhh Tschüss Der Wilder gleich wieder rummeckern. Ein Gebäude muss an einer Straße platziert werden Deswegen mache ich jetzt hier auch nochmal Das wäre dann ein Hochbahnhof oder das hier? Ein Hochbahnhof So Und der kommt hier Hoffentlich klappt das jetzt auch? Ich glaube es nicht Das kostet aber 2,95 Und die haben wir gar nicht Merken wir uns das mal vor Das kostet 3 Mille Mein lieben Freunde Das ist ganz normal Soweit ich höher kommen So ist es sogar noch billiger Das ist auch noch mal Das ist auch noch ein Das ist die oder einmal zurückzahlen will ja das hat uns jetzt ein bisschen ins minus gestürzt da muss man dran durch ich glaube jetzt ist nicht mehr zu groß die steigung ist zu groß will der mich jetzt verarschen fahr mal dann hier in schlangenlinien hoch oder wie wer jetzt bauteil nicht möglich immer noch nicht ich glaube jetzt die krümmung zu groß Vielen Dank. 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 Let's kill me out of those. Come on. Steigung zu groß. Okay. 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 Okay.